Das hier, ein schöner Eifel. Haben wir, was denn da kommt? Äh, 27. 27. Dezember. Es ist ein schönes Haus. Ein altes Haus. No coffee today is closed. Kaffee flüss. Oder? Ist das denn? Ah, ok. Licht an? Ah, so, ja. Sie ist nicht. Ok. Also, coffee and cake is closed. Das ist der Burg. Blauer Himmel, sun and shine. Das ist ein schönes Haus. Das ist ein schönes Haus. Das ist ein schönes Haus. Ah, so, ja, das ist ein schönes Haus. Oh, ja. Ah, so, ja. Oh, ja. Ah, man. Oh, ja. Ah, das ist ein schönes Haus. Montréal in Eisen Hier ist der Montréal in Eifel Es ist so dunkel Doch es war schon Hochwasser hoch Es ist die Leber Es ist die Leber Hier ist es ein Bruch. Hier ist es ein Bruch. Jetzt guckst du mal links. Das ist schönes Haus. Und hier ist der Richtung Schloss. Auf die Burg. Dem Schloss da oben auf dem Berg. Hier ist es ein Bruch. Hier ist es ein Bruch. Hier ist es ein Bruch. Hier ist es von emphasizes customization, Hier ist Tradition mit den Weihnachts. Jede Straße hat er das so gemacht. Da ist auch wieder ein kleines Bettlärm. Ja, an dieser Krippenweg hier ist das. Achso, okay. Der Krippenweg hat immerhin. Das ist ein wunderbarer Ort. Dann, wir gehen nach oben an dem Schloss. Auf die Berge. Bis zum nächsten Mal.